Aber nur so 20, 30 Prozent. Ne, ist auch besser, zwei Sprache aufziehen. Ja, ja, das ziehst du nicht. In dem Alter, da lernen die noch am meisten. Das ist einfach so. Man muss es durchziehen, weil irgendwann... Man hat dann den Kling gefahren. Ja, genau. Boah. Arme Armehner, ey. Habt ihr mit Stöcken beworfen vom Baum. Ja, da ist irgendwas abgebrochen, eben aufs Nebensiegefallen. Was gehen auch noch? Gibt's? Nein. Kommt das aufkaufen? Hoppa, aufkaufen. Da kommt, braaa, aufkaufen. Das ist immer geil, wenn du hier manchmal siehst. Hoppa, aufkaufen. Zieh. Aufkaufen. Zieh. Aufkaufen. Zieh. Zieh. Guckpa. Mach mal. Mach mal. Ja, das ist was Spaß. Ja. Das ist mir so kärlich, weißte. Ja, mach mal. Nein. Du hast doch ein bisschen noch. Ja, guck mal. Hier. Hier ist es noch. Im Nachsatzbruch. Wir proben. Suri, bleib mal hier.